Hier auf meinem Kanal. Eigentlich wollte ich mich ein wenig stärker der Kommunalpolitik widmen nach meinem Urlaub und dort mehr berichten. Es ist jetzt auch schon relativ spät am Abend, aber ich muss trotzdem noch was zu dieser ganzen Maaßengeschichte loswerden, weil sie mich einfach doch ziemlich ärgert, was dort gerade passiert. Und dabei, um das gleich vorwegzunehmen, weil darum ist ja offensichtlich für viele Leute völlig sakrosant ein Held, der gegen Merkel sich hinstellt und ähnliches, geht es mir nicht um diese, finde ich generell etwas skurrile Debatte, ob nun Hetzjagd, Jagdszen oder ob da nur einzelne Menschen gejagt worden sind. Das ist eine reine Diskussion über welches Wort nun das Richtige ist. Und klar, Worte machen Politik, pipapo, das will ich gar nicht mal so abstreiten. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, seit Chemnitz hat man mehr damit zu tun, zu definieren, was dort passiert ist, als weiterzugucken. Also ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber mir reicht eigentlich schon aus, welche Sprüche man auf den Videos gehört hat und dass da Leute völlig ungeniert Hitlergrüße und ähnliches gemacht haben, um festzustellen, dass es da irgendein Problem gibt. Ob man das nun über alle teilnehmenden Demonstranten herauslassen kann, will ich einfach mal dahingestellt lassen. Es waren sicherlich auch nicht alle an irgendwelchen Jagden auf Ausländer beteiligt. Aber darum will ich gerne, ich will dieses Spiel eigentlich gar nicht mitspielen, weil das ist das, was Maaßen ziemlich schlau hingekriegt hat. Er hat mit diesem Interview bewusst oder unbewusst es geschafft, einen anderen Blickwinkel auf sich selber zu lenken. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das bewusst gemacht hat oder nicht. Auf jeden Fall ist es ihm ziemlich gut gelungen, von einem Hauptproblem abzulenken bei ihm. Und zwar die Tatsache, wie er als Verfassungsschutzpräsident, heißt das eigentlich so? Naja, also als Präsident des Amtes für Verfassungsschutz, dort agiert hat in der ganzen Sache um Anis Amri, den Attentäter und Terroristen vom Berliner Breitscheidplatz. Denn, ich hätte den Ton vielleicht vorher mal ausschalten sollen. Denn dort war kurz vorher bekannt geworden, dass der Verfassungsschutz durchaus auch eine Beobachtung hatte. Inzwischen wurde bekannt, es gibt eine dicke Akte über ihn in dem Amt. Und das ist soweit ja auch nicht überraschend. Das ist irgendwie auch dessen Aufgabe. Nur es hieß gegenüber dem Parlament, sowas gäbe es nicht. Und dann hat man ein Problem. Und da geht es jetzt mir noch nicht mal unbedingt darum, dass ich davon ausgehe, wenn man ihn beobachtet hat und wenn es einen Akte über ihn gibt, hätte man auf jeden Fall diesen Anschlag verhindern müssen. Und alles ganz, sozusagen, er hätte deswegen zurückzutreten. Das Problem ist die Lüge, die er dort drin hat. Und gegenüber dem Parlament zu lügen und sich damit ja nicht nur der Rechtfertigung zu entziehen, sondern auch es schwierig zu machen, aufzuklären, wo ist denn das Problem. Warum ist das nicht passiert? Das ist ja bei dieser ganzen Terrorgeschichte mit diesem Anschlag die Frage, wie konnte dieser Mensch so beobachtet sein? Also es wussten alle von ihm. Er wurde auf irgendwelchen Konferenzen namentlich besprochen. Aber wie konnte er dann sozusagen durch das Raster rutschen? Und wie konnte es gelingen, dass er dann so einen Terroranschlag verüben konnte? Und da müsste die Aufklärung hin. Und da muss dann auch geklärt werden, wie kann man sowas in Zukunft verhindern? Aber diese Maßnahme hat Maaßen perfekt ausgekontert, indem er dort gelogen hat, diese Information nicht weitergegeben hat. Und das ist mit der eigentliche Skandal. Das andere sind jetzt Beiwerke, über die man womöglich einzeln sogar streiten könnte. Ob er nun sagen darf, dieses Video ist nun unantentisch oder nicht. Ich weiß nicht, wie man gleichzeitig die Echtheit des Videos nicht bezweifeln will und gleichzeitig sagen kann, das ist nicht authentisch. Nur weil man irgendeinen komischen Twitter-Account, der Antifa, dessen Namen ich jetzt noch nicht mal weiß, nicht kennt. Ich meine, um ehrlich zu sein, dieser Bundesverfassungsschutz kannte jahrelang den NSU nicht. Und da wollen die jeden Antifa-Pseudo-Twitter-Account erkennen und daran die Authentizität eines Videos feststellen. Gut, aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist nicht unbedingt jetzt die Frage, die Dokumente der AfD, da gab es dann auch welche, die gesagt haben, das ist völlig normal, die Dokumente gibt es auch für andere Parteien. Das sind die vielen kleinen Bausteine. Und ich finde an dieser Situation, die wir jetzt haben, nämlich keine Entlassung, sondern sogar noch eine Beförderung quasi. Er kriegt mehr Geld, er hat einen anderen Job. Das kann man doch keinem mehr vermitteln. Und diejenigen, die sich jetzt hinstellen und sagen, ja, er ist jetzt endlich mal jemand, der gegen Merkel den Mund aufmacht und so weiter. Zum einen, offensichtlich ist es in diesem Land nicht so weit, dass wir in einer Merkel-Diktatur sind und alle, die ihre Meinung sagen, hier weggepustert werden, weil wenn das so wäre, wäre Maaßen jetzt wahrscheinlich komplett weg. Und diejenigen, die diese Meinung haben, auch. Also diese ganzen Diktaturgeschichten sind noch größere Humbug als dieser Maaßen-Geschichte. Aber einmal das. Und man muss sich bewusst machen, hier wird jetzt sozusagen dieser eine Satz, diese eine Frage von Hassjagden oder nicht, von Autosynthet des Videos höher gestellt als die Sicherheit. Und das finde ich ein bisschen skurril. Die Leute gehen wegen Betroffenheit und wegen Angst auf die Straße. Aber ein solch zentraler Mensch wie der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, das ist wieder der falsche Begriff, ne? Naja, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, so, hat zu dieser ganzen, bei dieser ganzen Aufklärung eines des größten Terroranschlags, den wir hier in Deutschland hatten, nichts beigetragen, kann ich jetzt nicht sagen, aber er hat zumindest bewusst Informationen zurückgehalten. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, gut, hat er. Ja, aber er hat auch gesagt, es gäbe kein Hetz-Video. Wo ist denn da die Gewichtung? Also wie kann man ihn dafür dann sozusagen freisprechen? Und von daher finde ich die Entscheidung ziemlich skurril. Ich finde auch sehr skurril, dass die SPD dieses Spiel mitmacht. Mein Gedanke ist ja so ein bisschen, das ist jetzt alles natürlich von der Bayern-Wahl geprägt. Ich weiß nicht, ob das für die CSU und für Seehofer gerade so die klügste Idee ist, sich so hinter ihnen zu stellen. Ich habe eher den Eindruck, das ist ein Bumerang, der sich da ergibt, aber auch für die SPD, die sich am Wochenende stellt. Er ist nicht mehr Präsident des Bundes... Ich weiß gar nicht, ob man das zusammenziehen kann. Bundesamt ist für Verfassungsschutz. Gibt es da einen Bundesverfassungsschutz? Wahrscheinlich nicht. Naja, sich sozusagen so hinstellen mit dieser starken und auch deutlichen Aussage und dann am Ende dabei zu landen, dass er das ja jetzt wirklich nicht mehr ist, dass das ein gutes Ergebnis ist. Klar, er ist jetzt der Chef des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das ist natürlich echt eine richtige Einflussnahme, die es da gegeben hat. Gut, das musste ich jetzt irgendwie heute Abend noch loswerden. Ich habe mich schon ein bisschen aufreagiert, nachdem ich das gesehen habe. Und ja, mal gucken, dass wir in den nächsten Tagen dann vielleicht hier auch nochmal ein bisschen Kommunalpolitik reinbringen. Ich hatte Bezirksvertretung, Umweltausschuss, dass ich da so ein bisschen was erzähle, vielleicht auch zum Beda-Konzept. Mal gucken. Aber das musste ich jetzt irgendwie heute Abend noch loswerden. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, sagt euer Partier.